Wir sind eine Überzahl, ganz klar. Wir müssen gewinnen, wir haben riesige Chancen. Erste Halbzeit schon allein vom Tor, wo du drüber schierst, die zweite Halbzeit, aber wir haben immer ein scheiß Gegentor gekriegt, sonst die ersten 2 Spiele. Deswegen bin ich jetzt, zumindest haben wir mal zu Null gespielt, aber vorne müssen wir natürlich das Tor machen, ganz klar. Bayern hat dann natürlich, die laufen dann jeder noch mehr, ist klar, dass die sich voll reinhauen, aber wir müssen es einfach cleverer machen, wir müssen den Ball laufen lassen, das haben wir gar nicht mehr gemacht. Wir haben immer gleich überrascht nach vorne gespielt, deshalb ging ja gar nichts dran. Wir sollten immer aggressiv gegen den Ball, wenn wir den Ball verlieren, das haben wir schon gut gemacht. Eher ärgerlich. Überzahl, so lange Chancen, wir haben ja die Chancen gehabt, es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen gehabt haben. Dann müssen wir einfach ein Tor machen und dann müssen wir das Spiel gewinnen.